Ich bin zweimal mit dem U-Raum geflogen, zweimal hat mich ein AI mit einer Bazooka abgebrochen. Schnell! Ja, das ist doch... grotesk. Manate unter mir! Was ist das denn? Ohohohoho! Bug Pfeifen, der geht so geil über die Nissen, Alter! Töcheln, töcheln! Aua! Man hat mich, egal ich spawn auf euch! Wir sind betrunken, sichern Delta 1! Ach, Schmähnerung! Ohohohohoho! Pass auf, da sind einige! Ja, da brauchst du einige! Ah, ok, gut! Ich bin bei dir! Hier vor uns! Hab ihn! Hab auch noch einen! Boah, hier sind nur so viele, Alter! Ja, hab hier auch noch einen! Oh, ich hab den von dir links! Nice, wer war das? Keine Ahnung, ich hab keine Mutti mehr! Und ich hab den! Ich schuld dich, ich schuld dich! Alter! Nicht schlecht! Bei uns irgendwo ist ein Panzer! Da, 190, 80 Meter! Ah, der kommt auch auf ihn zu, hier! Ich hack den mal! Jawoll! Einmal gehittet! Ist gehackt! Komm zu dir rein! Nochmal gehackt! Äh, gehittet! Nochmal! Happy! Jawoll! Jawoll! Schön! Sind alle drinnen! Jawoll! Vorne ist wieder, vorne ist wieder der Dings! Äh! Mit der Romme bin ich gut, ey! Oh! Check den mal! Ja, dann zeig ich mal kurz mit... Ah! Rektor Echo vollständig bewetter! Mittner ist danach! Mann! Das war jetzt super! Ehem... Um... Um... Wissen! Um... 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 ich lebe noch und auf dem dach die sind welcher im hangar drinnen direkt vor mir hier an der tür hier ich glaube hier ist nicht hier ist noch nicht auch ja hier ist wieder einer drinnen auf meiner lösche ein monster ich hab hier noch einen, ich hab euch gerade gerettet, ich geh 2 ich hab noch einen 3 C5 kills hintereinander ich hab den gleich in der erfassung, wenn du mal wo ist er? es ist kein red es ist ein white cat hier vor uns ich hab den gleich in der erfassung krass oh da ist unten ist noch ein tank ne oh ja hinter die kupe, er kommt gerade an hier mach ich platt da mach ich platt also einen hat er jawohl boah jetzt rollt er auf mich das ist der laserpanzer, kann das sein? nicht mehr lange haha ich hoffe, haben wir einen Flugabwehrdings ciao da kommen wir auf wo kommen die Schweine? 10 Leute sind hier auf A, alter wow fuck platziere einen Sprengsatz hehehehehe hehehehehe hehehe wo ist er? vor uns? unter uns? wenn wir einen Winkel haben, geh ich mal mitfangen oh, yeah haha ich muss mich auch mal ganz kurz zu oben bei dem rächen alles gut, ich bleib mal kurz auf den brown schade, ich habe ja versucht zu weit eines unserer ziele ist boah, der hat 80 zu viel, dieser Endlesser wir müssen endlich Sektoren sichern breitert Mehrheitskontrolle der ist ziemlich krass, der Typ was muss denn da geh raus keine sage, ich vermelde wir haben die volle Kontrolle über den Sektor jawohl jawohl F.A. lokalisiert, direkt hier besetzt die Ziele und einzig zurück wenn die Linke lacht Wir werden hier beschossen! Wir werden hier vertreten. Das war's für heute. Wir haben gerade die Kontrolle über ein Ziel verloren. Wir haben Sektor Charlie. Wir kontrollieren den Großteil der Sektoren. Hab einen! Das ist meine Spornbacke. Wir haben noch einer angeschissen. Jawoll, wieder. Wir haben den Alpha 2 übernommen. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Gegner neutralisiert. Oh Mann. 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 Da wären gerade eigentlich nur Safe-Kids gewesen, ey. Das war ein bisschen was Dreck unter uns gut. Schön. Ja, so muss das schon laufen, Alter. Wow. Schön, Tü. Sehr schön. Oh, da war Zitrone. Richtig Zitrone. Oh, wieder, wieder. Oh, voilà. Sehr nice. Heiliges Blech hier, eh? Ja. Fuck. Okay. Einer müsste den hacken, glaub ich. Hm. Alter, wie viele die unten sind. Warte, Kaffee. Alter, Leute. Oh Gott. Oh Gott. Ach du Scheiße. Das sind alle. Komm, ich bin's. Oh Gott, das war bei mir. Es sind 20 Leute da unten. Wir haben hier verloren. Wir müssen es uns zurückholen. Wir haben hier verloren. Wir müssen es uns zurückholen. Hey. Sie haben die Deckung zerstört. Wow. Gegner geachtet. Osten. Okay. Ich will mal dann einfach bauen, Alter. Sie haben die Deckung zerstört. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Bei Bravo sind sie noch stark in das Ende. Ich hab hier mit der Pumpe weggemacht, Alter. Nice. Ich weiß. Johnny, wir schießen auf uns. Na, Moin. Nein. Oh. 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 Wir müssen uns von Bravo 2 zurückziehen. Wir kontrollieren den Großteil des Ektors. Wo ist er rein? Wo ist er rein? Wo ist er rein? Ah, die wollen. Oh! Ich kriege den Scheiß! Ich kriege die Schreste! Wir treffen uns jetzt für's. Schau raus. Hohoho. Der Du, der Du, der Du.. Was knapp? Was knapp? Hä? Ich meine, weil Leute die Momente hier liegen. Ich brauche mal auf dir. Wir wurden von einem Ziel verjagt. Jetzt wird gepusht. amerikanische Kräfte haben bravo 1 zu nennen wir kontrollieren den gesamten Sektor bravo das ist ein Barke von dem sollen wir warten wir spawnen direkt hier oder hier ist er